Heute, wir danken weiterhin dem gesamten Team von Triptychon und wir danken heute auch mal Mitch, weil wenn Mitch scheiße baut, klingen wir scheiße und dann habt ihr keinen Spaß. Also einen riesen Applaus für Mitch, der das jetzt weiter radios durchzieht. Ansonsten haben wir eine Platte im Gefecht, die kann man später da drüben kaufen und wir wünschen dann noch einen wunderbaren Abend mit all den anderen großartigen Gästen. Und wenn wir uns noch ein paar Jahre lang haben, und wir kommen uns zu, dass es so viel Spaß ist und dann und wir kommen uns zu, dass es so viel Spaß ist und dann wird es so viel Spaß. Und in den letzten Jahren wird es so viel Spaß. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.